Gibt es da auch einen Zoom? Ja. Nur wo? Jo, Hein, lass mal den Motor an. Gucken wir uns mal den Trüben an, doch. Bin echt gespannt, du. Habt lange nicht so was Spannendes mehr hier. Und jetzt gucken wir uns hier mal den Sey an. Mal sehen, wo das Bötchen auftaucht hier. Oh, da ist er schon. Ich guck mal durch das Fernblas. Jo, ich geh jetzt mal Vollgas. Oh, hier ein Auftrag von der Wassermaus 2121. Wir steigen mal auf in die Luft und fliegen die Wassermaus 2121 mal ran. Jo, hier ist die Wassermaus 2121 an Kondor 1. Könnt ihr uns fahren? Kondor 1 kann euch hören. Was hat der für einen Auftrag für uns? Jo, wir haben den Kreis von Bray mit der Wasserstraße. Ein Speedboat fährt um die Mühle Geschwindigkeit und misachtet die Wasserzeichen. Ja, könnt ihr nur euer Vigilkotor hier einschalten am Heli. Verstanden. Habt ihr schon irgendwelche Anhaltspunkte, wo die Typen sich rumtreiben, eher auf dem großen Sail? Ja, von uns aus gesehen Richtung 12 Uhr müsst ihr sie finden. Habt gerade ein paar Meldungen von anderen Boonen bekommen. Das muss verheftig sein. Ja, verstanden. Ach, da sehen wir sie auch schon. Oh, ne? Ogen, was stimmt hier nicht? Jo. Die Polizei ist uns hinterher, du. Oh, jetzt wird die aber auch leer, oder? Was? Wir haben keine Munition mehr. Kommen wir zur neuen Kanone. Ah, wir sind getroffen worden und stürzen ab. Voll das Triebwerk. Der Heli ist nicht mehr steuerbar. Nein. Oh, die haben den Heli abgeschossen. Die Wassermarles nimmt die Verfolgung auf. Wir brauchen noch mehrere Einsatzkräfte hier. Hol alles raus aus der Kiste. Aber hier, die Batterie vom Fotoapparat ist schon leer. Das interessiert doch niemand. Hol alles raus, Mensch. Was du kannst, die kommt immer mehr. Oh, Mist, Mensch. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Hier spricht die Polizei. Halten sie an und geben sie auf. Hol alles raus aus der Kiste. Ich hab doch alles versucht. Tot war der Job. Beachten Sie das Anhaltezeichen der Polizei. Stoppen Sie Ihre Maschine. Die Wassermarlesfliegeleinstelle. Wir haben die Tüben gefasst. Und um den Heli kümmert sich gerade ein anderes Boot. Aber es sieht gut aus für die Heli-Velorin. Mann! Ich war doch so nah dran. Mann!